Salud, ich meine, der Pink. Keine Ahnung, was ich hier mache. Ich kenne gerade ums Sterben, glaube ich. Das war krass auf jeden Fall. Kurzer Disclaimer, dieses Video dient zur Aufklärung. Alles, was ihr in diesem Video seht, mache ich unter Aufsicht in einem Land, in dem es legal ist. Ich rate euch ausdrücklich dazu, gezeigt es nicht nachzumachen. Ayahuasca ist ein psychedelisch wirkendes Getränk aus Pflanzen, das seit hunderten von Jahren von Bewohnern des Amazonas-Gebiets für medizinische und rituelle Zwecke genutzt wird. Die Substanz gehört zu den stärksten Halluzinogenen der Welt und löst bewusstseinsverändernde Zustände aus. Viele Menschen, die Ayahuasca getrunken haben, berichten von lebensverändernden Erfahrungen. Also ich bin wirklich reingefallen wie ins Gotteslicht. Hey Leute, ich will auf jeden Fall nicht, dass ihr es nachmacht, aber ich bin reingefallen wie ins Gotteslicht. Aber macht auf keinen Fall zu Hause nach, ich würde es nicht empfehlen. Wirklich unglaublich. The most life-changing moment in my life would be the first time I drank Ayahuasca. In den letzten Jahren werden Ayahuasca-Zeremonien auch in der westlichen Welt immer populärer. Mittlerweile gibt es einen regelrechten Ayahuasca-Tourismus und es werden teure Ayahuasca-Retreats angeboten. Ayahuasca fasziniert mich jetzt schon, seit ich vor einigen Jahren zum ersten Mal davon gehört habe. Stell dir vor, es würde so Alkohol-Retreats geben. Lange Zeit hatte ich einen zu großen Respekt vor, weil die Erfahrungsberichte einfach immer so heftig klingen. Mittlerweile fühle ich mich aber bereit dazu und bin einfach super neugierig, was Ayahuasca mit mir macht. Malle halt. Ja, gut, fair fair. Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, dass er sich hier übergibt. Ich glaube erstens, dass man jetzt nicht die Kotze in particular super nahe sieht. Und ich glaube, es ist auch eher ein wissenschaftlicher Kontext. Ich denke, das ist fein. ...Zeremonien teilnehmen, um herauszufinden, was wirklich passiert, wenn man Ayahuasca trinkt. Für dieses Selbstexperiment reise ich extra nach Südamerika, genauer gesagt nach Kolumbien. Von Medellin aus geht es mit dem Auto über 20 Stunden lang durch das halbe Land bis in den Regenwald. Eine lange Reise und das wahrscheinlich teuerste Video, das ich jemals gemacht habe. Deswegen bin ich sehr froh, dass mich Finanzguru bei meinem Vorhaben unterstützt hat. Finanzguru ist ein... ...brecht sich möglichst noch weiter... ...tiefer in dem Coach... ...schonst um... ...der Videobesch... ...Hunderten von Jahren... ...Süden von Kolumbien leben indigene Völker, die Ayahuasca traditionell seit Hunderten von Jahren zu medizinischen und rituellen Zwecken nutzen. In Kolumbien ist Ayahuasca legal. Zeremonien werden hier vor allem von den Taitas, also den traditionellen Medizinmännern und Frauen der Indigenen durchgeführt. Bei ihnen werde auch ich Ayahuasca trinken. Einfach so eine B.O.W.-Klasse. Aber bevor ich das tue, möchte ich noch mehr über die Herstellung und auch die Hintergründe dieser mysteriösen Pflanzenmedizin erfahren. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist Ayahuasca eigentlich genau? Deswegen bin ich hier in einer Ayahuasca-Küche, um euch das mal zu erklären. Ayahuasca oder auch hier in Kolumbien... Ah, jetzt hat er wieder so ein Labor, Bro, was wieder aussieht wie so eine übelste Hütte. ...in Yache genannt. So habe ich gestern, Digger. ...deutet übersatz Geisterliane oder Seelenranke. Gleich kommt sie wieder. ...aus mindestens zwei verschiedenen Pflanzen. Meistens besteht es aus der Ayahuasca-Ranke und Blättern wie Shakuna, die den Wirkstoff DMT enthalten. DMT ist ein Halluzinogen und ist für diese typische Ayahuasca-Wirkung verantwortlich. In der Ayahuasca-Ranke sind Mao-Hämmer enthalten. Die sorgen dafür, dass das DMT nicht sofort wieder abgebaut wird und so seine Wirkung im Gehirn entfalten kann. Ayahuasca herzustellen ist ein sehr aufwendiger Prozess. Von der Ernte der Pflanze bis zum fertigen Getränk vergehen bis zu drei Wochen. Ich treffe Juan, er kommt eigentlich aus der Großstadt und hilft in Taitas bei der Ayahuasca-Produktion. No joke, wer kommt auf sowas? Wer sind diese ersten Menschen, die so Drogen irgendwie herstellen? Wer dachte sich so, ey, lass mal hier irgendwie den Baumstamm rauchen. Lass mal hingehen und wir zünden jetzt einfach mal hier den Baumstamm an, rauchen dran und gucken einmal, was passiert. Zeigt mir, wie die geerntete Ayahuasca-Liane weiterverarbeitet wird. We have to take the very part of the plant, just chop like this. Don't do it like that, because when you do it like this, you're taking the medicine off. So be careful. Yeah, very careful. And good things, you have to be connected with the plant. The plant is listening. We have nice, beautiful thoughts about the process and about the plant and about the people who's going to drink. That will be very important. Das ist so unfassbar viel Arbeit. Also diese ganzen Stücke hier wurden ja schon befreit. Es dauert ewig, Ayahuasca herzustellen. Der geilste Bro macht einmal Urlaub in Kolumbien, kommt wieder mit der Erfahrung, dass er einmal Coca-Paste hergestellt hat. Dass er Ayahuasca irgendwie gebraut hat, Junge. Dass er Ayahuasca genommen hat, dass er Coca-Blätter gegessen hat, Junge. Wirklich einfach einmal hin, alles drin, Alter. Wirklich alles mitgenommen, was ging. Wirklich komplette Erfahrung. Schön bei Jochen Schweizer alles gebucht. Wenn die Ayahuasca-Liane geschält ist, wird sie zerkleinert. Dabei schlägt man mit einem Holzstück so lange auf die Liane, bis sich die einzelnen Fasern lösen und Saft austritt. Danach werden die Fasern mit den zerkleinerten, DMT-haltigen Chakrona-Blättern in einen Topf gegeben und fünf Tage und fünf Nächte lang gekocht, bis das dickflüssige Ayahuasca-Getränk entsteht. Heute Abend darf ich hier im Dschungel Kolumbiens an einer Ayahuasca-Zeremonie teilnehmen. Da das für die Indigenen aber eine heilige Zeremonie ist, dürfen wir das Ganze leider... Musste ich leider ohne Hose kommen. Deswegen habe ich noch eine Ayahuasca-Zeremonie in Medellin besucht. Hier werde ich heute Nacht zum allerersten Mal in meinem Leben Ayahuasca trinken. Und ich bin mega gespannt, wie das wird. Das ist schon die Jessi. Hallo. Herzlich willkommen in Kolumbien. Jessica Greiner bietet in Kolumbien Ayahuasca-Zeremonien an. Bei ihr dürfen wir ausnahmsweise die... Jürgen, no joy. Er sieht aus wie so ein GTA-Roleplay-Character. Samte Zeremonie mit der Kamera begleitet werden wir heute Nacht Ayahuasca trinken. Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommen wird. Sag mal, wie oft hast du jetzt schon in deinem Leben Ayahuasca getrunken? Ich würde sagen, so um die 100 Mal. 100 Mal? Holy shit. Schon eine ganze Menge. Naja, eigentlich ist es noch gar nicht so viel im Gegensatz zu den Schamanen oder zu den Taitas. Die trinken 2-3 Mal die Woche und haben schon... Bro, das ist so anstrengend für den Körper, oder? Also alle, die das genommen haben, meinten zu mir, das ist richtig anstrengend. Richtig soß. Über Tausende Mal getrunken. Wir sind hier in dem Haus von dem Schamanen und das finde ich halt auch immer schön, dort zu trinken, wo die auch wirklich wohnen. Wie lang ist so eine Ayahuasca-Zeremonie? Naja, wir werden so circa, ich denke mal so zwischen 10 und 11 anfangen, den ersten Becher zu trinken und dann geht das bis 6, 7, 8 Uhr. Und das heißt, man trinkt auch mehr... Jede Studenten-Party be like, Alter. Also, wenn du es zulässt, wenn du es möchtest. Das kommt auch natürlich auf die Situation drauf an, wenn du nach dem ersten Becher schon voll im Prozess bist. Kannst du auch sagen, okay, will ich nicht. Der erste Becher. Aber das werden wir in der Zeremonie einfach sehen, was passiert und wie viele Becher du am Ende wirklich brauchst. In den Tagen vor der Zeremonie sollte ich mich an eine spezielle Diät halten. Dazu gehört, keine Drogen zu nehmen, auf einige Lebensmittel wie Fleisch, Milchprodukte oder Zitrusfrüchte zu verzichten und keine sexuelle Interaktion zu haben, um sich für die... Oh, nö, Digga, ich bin raus. ...Pflanzengeister zu sensibilisieren. Da bin ich raus. Das heißt, gleich geht die Zeremonie los. Ich muss sagen, ich bin schon jetzt langsam ein bisschen aufgeregt, weil ich weiß irgendwie nicht so richtig, was auf mich zukommt. Das wird ja schon sehr lang sein, die ganze Nacht gehen. Vor allem bin ich auch gespannt, was das mit mir machen wird und ob das mich irgendwie weiterbringen wird in meinem Leben und so. Sergio ist der Schamane, der die Zeremonie mit uns durchführen wird. Wobei Schamane eigentlich das falsche Wort ist. Sergio bezeichnet sich selbst als Cujandero, was so viel bedeutet wie Heiler. Er wurde von den Titanen... ...was so viel bedeutet wie Domanuttensohn. ...so richtig dumm. ...ausgebildet. Und mit ihm habe ich vor der Zeremonie gesprochen und gefragt, wie Ayahuasca eigentlich genau wirkt. Ayahuasca hat eine körperliche Wirkung und eine energetische oder spirituelle Wirkung auf der Bewusstseinsebene. Durch die physische Wirkung bekommen wir Durchfall und Erbrechen und spüren manchmal ein allgemeines Unwohlsein im Körper. Hört sich bis hierhin ziemlich dope an. Aber die energetische oder spirituelle Wirkung... Bis hierhin hat es mich komplett abgeholt. ...die uns zu Erkenntnissen auf der Bewusstseinsebene führen können. Um diese Erkenntnisse zu erlangen, wird empfohlen, sich eine Intention zu setzen, also persönliche Fragen zu überlegen, die während der Zeremonie als Orientierung dienen können. Ich habe mir auch mehrere Fragen aufgeschrieben, unter anderem, wer bin ich eigentlich wirklich und wie kann ich mehr ich selbst sein? Ich bin sehr gespannt, ob das Ayahuasca mir Antworten auf diese Fragen liefern wird. Am späten Abend geht es dann endlich los. Ich merke schnell, dass sich so eine Ayahuasca-Zeremonie stark von Erfahrungen mit anderen Substanzen unterscheidet. Alles läuft sehr rituell ab, es werden Gebete gesprochen, das Ayahuasca wird gesegnet und es wird viel mit Rauch und Musik gearbeitet. Irgendwann ist es dann soweit. Ich trinke zum ersten Mal Ayahuasca. Wenn man das erste Mal bei den Eltern der Freundin ist. Okay, okay, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Ja, in dieser komischen, die hier, die hier sind richtig abgerubbt aus, Junge. Die beiden hier, was, Junge, die sind richtig abgeranzt aus. Boah, ih, Digga, das schmeckt doch safe, wie wird's ekelhaft, oder? Das ist was wie so Schokosaft. Oh, ey, das ist nicht sogar Kakao? Ich mach das doch in Kakao rein, oder? Ich mein, das mal gehört zu haben. Das war schon sehr eklig, es ist wirklich sehr bitter, ich kann den Geschmack nicht beschreiben, aber es war schon sehr eklig. Also hier hat jeder sein Gesicht verzogen, selbst der Schamane, der das wahrscheinlich schon hunderte Male getrunken hat. Kann Ayahuasca gefährlich sein? Grundsätzlich ist Ayahuasca sicher, solange man verantwortungsvoll damit umgeht und sich sicher sein kann, dass die Medizin richtig hergestellt wurde. Gefährlich wird es natürlich, wenn man Ayahuasca trinkt, ohne sich vorbereitet zu haben und ohne die Wirkung zu kennen. Kann man mit Ayahuasca einem Menschen schaden? Ja, denn die Verabreichung einer sehr hohen Dosis kann ein Risiko darstellen. Nicht unbedingt, weil man stirbt, sondern weil es eben negative psychologische Auswirkungen haben kann. Außerdem kann es... Boah, Digga, da hätte ich fast noch mehr vor Angst. ...als dass man einfach drauf geht. Digga, wirklich, dass man dann so irgendwie irgendwelche Psychosen da triggert. Alter, da... Boah, Junge, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Natürlich gefährlich werden, wenn man Ayahuasca in Kombination mit anderen Drogen konsumiert. Die Medizin ist sicher, aber es gibt natürlich Wechselwirkungen. Du solltest, wenn du eine Herzkrankheit hast, nicht trinken. Du solltest auf gar keinen Fall Ayahuasca trinken, wenn du Antidepressiv an nimmst. Das kann wirklich zum Herzstillstand führen. Nach der Einnahme wird das Licht ausgemacht. Nichts soll uns von unserem inneren Prozess ablenken. Dann habe ich erst mal so ein bisschen da gesessen und habe irgendwie, ja, geschaut, was passiert. Eigentlich ist gar nicht so viel passiert. Also ich habe gemerkt, wie mir langsam immer übler wurde. Irgendwann bin ich dann rausgelaufen und habe in den... Digga, was ist das für ein ekliges Geräusch, Junge. Busch gekotzt. Dann ist danach einfach nichts mehr passiert. Also ich saß einfach rum und... Erfilmt nicht die Kotze, right? ...gedacht, dass ich vielleicht zu früh gekotzt habe und dadurch halt irgendwie der Wirkstoff schon raus ist. Dann konnte ich irgendwann das zweite Mal trinken. Da ist mir auch schon direkt schlecht geworden. Ich habe direkt nach dem Trinken schon irgendwie ein bisschen was rausgespuckt. Und auch da ist mir dann langsam immer schlechter geworden. Und dann bin ich... Das hört sich wirklich nach der beschissensten Droge auf Erden an. ...hinters Auto gelaufen und habe auch erst mal wieder schön gekotzt. Digga, ich dachte, der kackt da jetzt vor das Auto, Digga, Junge. Schön vor das Auto gekackt. Ich habe zu viel Ayahuasca genommen und sitze jetzt bei Flest in einer Gameshow, aber keiner kann mich hören. Schieb zu. Ich muss zu mir, deshalb verstehe ich Ayahuasca noch nicht so richtig. Stop! Also ihr habt bisher noch nichts gespürt, außer dass ich kotzen musste. Boah, ich finde wirklich, sich zu übergeben in den Pufen darf man danach, oder? Ist ja keine Droge, der heute. Ey, sich zu übergeben ist das ekligste Gefühl auf Erden an. Ich hasse es. Das war aber irgendwie ein bisschen anders, das Kotzen, weil das irgendwie so stärker war. Und ich habe schon gemerkt, okay, jetzt verändert sich irgendwas. Nee, schwindelt schlimmer. Okay, fair, fair. Aber übergeben auch. Weil die ganze Umwelt so ein bisschen anders aussah. Also irgendwie hat man in den Silhouetten der Pflanzen und so irgendwie so ein bisschen, habe ich so Muster gesehen. Bro, Alter. Immer wieder wird Ayahuasca als Medikin bezeichnet. Aber wie genau soll Ayahuasca Menschen helfen? Ich denke, dass viele Krankheiten im 21. Jahrhundert wie Depressionen, Einsamkeit und Angst geistiger Natur sind. Die westliche Medizin behandelt diese Krankheiten, indem sie die Symptome lindert und betäubt, aber nicht unbedingt die Ursache heilt. Im Gegensatz dazu ist Ayahuasca eine Medizin für den Geist, die uns helfen kann, nicht nur die Symptome zu lindern, sondern wirklich die Ursache von psychischen Krankheiten zu heilen. Aber bei welchen psychischen Erkrankungen kann Ayahuasca helfen? Das habe ich den Psychotherapeuten Dr. Tom Wolf gefragt, der auch zu Ayahuasca geforscht hat. Es gibt Hinweise, dass Ayahuasca nützlich ist bei Depressionen. Das ist relativ konsistent die Studien, die wir bisher haben. Bei Ängsten ist es sehr wechselhaft, die Studien. Das kann hilfreich sein bei Lebenskrisen, bei Trauer. Es kann helfen bei Suchterkrankungen. Es gibt Hinweise, dass es einen guten Einfluss haben kann bei PTSD. Wie kann man sich das vorstellen? Auf welche Art und Weise kann Ayahuasca heilen? Ayahuasca fördert die Einsicht in das eigene Leben, in die eigene Persönlichkeit. Ayahuasca kann mich wieder verbinden mit meinen Wünschen, mit meinen Zielen, dass ich wieder klarer sehe, was möchte ich eigentlich? Oft ist es so, dass Menschen in einer persönlichen Krise sind, die dann nach Südamerika reisen, in der Hoffnung, dort wieder in Verbindung zu kommen mit ihren wahren Wünschen. Aber ich denke, dass es nicht als isolierte Therapie anzusehen ist, dass ich das jetzt ein paar Mal einnehme und dann... Ich finde es schon ein wildes, also ein sehr gefährliches Mindset, wenn man sich so denkt, ich knabe da jetzt irgendwie schon so ein bisschen Ayahuasca in Südamerika rein und dann geht mein Leben wieder bergauf. Alleine das meiste finde ich schon sehr, sehr gefährlich. Ich habe mich nicht geheilt, sondern es gibt eher Informationen, es gibt eher Einsicht und dann ist die Frage, was mache ich damit in meinem Leben? Und so lag ich dann erstmal eine ganze Zeit da. Es war auch richtig bequem, einfach rumzulegen, einfach so in mich gekehrt zu sein. Und habe mich irgendwie, ja, ein bisschen mit der Natur so oder mit dem Boden verbunden gefühlt. Boah, stell dir vor, du liegst da, bist Turbo-Stone einfach. Dir ist übelst übel, Junge, da kommt Ollo Ronny, Digga, mit dem Puschel, Alter. Digga, fuck doch nicht ab, ich chill hier gerade. Sehr schwer zu beschreiben, wie sich das genau angefühlt hat. Oh mein Gott. Im Prinzip hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass mich das Ayahuasca... Digga, da hätte ich gar kein Wort drauf, Alter. ...in so verschiedene Lebensbereiche führt. Es war so, als würde mir die Pflanze verschiedene Dinge zeigen, die für mich wichtig sind. Es ging um Freundschaften, meine Familie, aber natürlich auch Liebe. Ich habe so viele unterschiedliche Emotionen gespürt. Ich habe auch richtig viel geweint. Es war echt eine emotionale Achterbahnfahrt. Es war schon richtig crazy. Und dann wurde es noch mal heftiger. Das Ayahuasca zeigte mir meine Ängste, zum Beispiel die Angst vor dem Sterben. Ich kann jetzt gerade nicht reden, weil... Bro, hol... Ich bin traurig. Sterben, glaube ich. Also ich habe so die... Das ist crazy, dass er so sagt, ich kann gar nicht reden. Es geht, glaube ich, ums Sterben, glaube ich. Als wäre das so wie so ein... Als wäre das so ein Streamer, der auf ein Video reacted oder so. Und der redet gerade mit Chat oder so, you know? Holy shit. Die Angst vor dem Sterben gespürt, dass nicht sterben wollen, weil... Ich im Lateinunterricht. ...das war gruselig, so die Welt zu verlassen, die ganzen Menschen zu verlassen, die man kennt. Andererseits habe ich dann aber auch gespürt, dass das gar nicht so schlimm ist. Also es hat sich so friedlich auch angefühlt, einfach sterben zu können. Und so lag ich da auf der Wiese und habe einfach meinen eigenen Tod erlebt. Wie sich das anfühlt zu sterben. Das war super emotional, aber nicht negativ oder beängstigend, sondern es hat sich irgendwie richtig angefühlt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr krass. Das klingt jetzt vielleicht fast nach einem Horrortrip, aber man sagt, dass Ayahuasca einem nur das zeigt, was man auch verkraftet. Man kann eben die Erfahrung auch mitgestalten. Ich kann dieser Pflanze in Anführungsstrichen auch sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht. Da möchte ich nicht so tief reingehen in diese Erfahrung. Zeig mir bitte was anderes. Das ist faszinierend, unabhängig davon, ob das jetzt wahr ist oder nicht, ob da wirklich eine Pflanzenentität existiert. Aber es ist sehr hilfreich, daran zu glauben, wenn ich in diese Erfahrung gehe. Und wenn mir dort bestimmte schwierige Dinge gezeigt werden, vielleicht die mit Trauma im Zusammenhang sind oder schwierige Lebenssituationen, und ich dann sehr emotional werde möglicherweise, dieses Vertrauen zu haben, ich kann das aushalten. Die Pflanze, die zeigt mir Dinge. Der konsumiert aber auch die eine oder andere Droge. Ja, den Bro hat auf jeden Fall selber getriet. Weil sie weiß, ich kann das aushalten. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass die Wirkung langsam nachlässt. Also dann sind vor allem diese visuellen Effekte erstmal verschwunden. Und dann war das auch nicht mehr so krass, dass mein Kopf irgendwie super viele verschiedene Sachen gemacht hat. Dann bin ich irgendwann aufgestanden und bin zum Lagerfeuer gegangen, weil ich irgendwie Lust hatte, einen fetten Bong-Hit zu nehmen. Ein bisschen Wärme, weil es schon kalt war. Oh ja, das auch. Boah, das war krass auf jeden Fall. Ich glaube, ich gehe mal zum Feuer. Aber das war ja nicht meine einzige Ayahuasca-Erfahrung. Häufig kriegen die Menschen Ayahuasca an mehr... Nein, ist der gestorben? Digga, rest in peace, Digga. Der hat das beste Spiel gemacht, was es gibt. ...siedler von Katan ist huge. Das ist auch kein Problem, weil Ayahuasca nicht abhängig macht. Ayahuasca macht nicht abhängig. Die Erfahrung ist so eine große Herausforderung und ist auch unangenehm. Also der Lustfaktor ist relativ gering. Ich habe im Dschungel noch zweimal Ayahuasca bei den Taitas getrunken. Einerseits, weil ich auch erfahren wollte, wie so eine Zeremonie da abläuft, wo das Ayahuasca herkommt. Und weil ich auch mal eine Erfahrung nur für mich alleine machen wollte, weil Ayahuasca ja eine sehr persönliche Sache ist. Diesmal wird davon gar nichts gefilmt und ich werde diese Zeremonie wirklich mal nur für mich erleben. Es ist eigentlich immer... Als ob er in der Zeit, wo er da war, irgendwie dreimal Ayahuasca genommen hat, Junge. Heilige Scheiße! Die Trippin! Wann können wir die Treffen in Kolumbien zum Ayahuasca nehmen? Wir brauchen das alle. Die Erfahrung zu machen, wenn man nicht darüber nachdenken muss, okay, das muss ich filmen, das muss ich dazu sagen oder so. Sondern das einfach mal für sich zu erleben. Und das werde ich heute machen. Insgesamt waren die Zeremonien schon ähnlich wie meine erste, aber irgendwie auch komplett anders. Natürlich musste ich auch im Dschungel wieder erbrechen, aber diesmal war es weniger unangenehm als zuvor. Also irgendwie hat sich das sogar befreiend angefühlt. Bei den Zeremonien im Dschungel wurde auch sehr viel Musik gespielt und das war echt richtig schön, weil das super gut zur Situation gepasst hat und ich die Musik einfach ganz anders wahrnehmen konnte. Also ich habe das so richtig gefühlt und ich habe einfach so eine tiefe, vollkommene Zufriedenheit gespürt. Es gab zum Beispiel einen Moment, an dem ich am Lagerfeuer stand und den Mond beobachtet habe und ich habe so in den Mond geschaut und gedacht, dieser Moment gerade, der ist perfekt. Ich hatte so gar keine Sorgen, keine Ängste, nichts hat mich belastet. Und ich war einfach so komplett zufrieden mit meinem Leben. Ich komme gerade aus der dritten. Das ist krass. Ich hatte auch schon so ein paar Momente, wo ich dachte, Alter, gerade ist wirklich alles insane. Das sind so gute Momente, Digga. Holy shit. Und letzten Ayahuasca-Zeremonie. Jede Ayahuasca-Zeremonie ist auf jeden Fall anders. Es passiert immer was anderes. Das Gefühl ist immer anders. Insgesamt würde ich jetzt sagen, dass die Er... Das ist das, wo ich dann so meine Theorie dann auch anwende. Ich frage mich so, wenn man das so durch so eine Droge schafft oder durch so einen Stoff oder whatever, ob man dann diesen Moment irgendwie mindert an der Geilheit so. Weil in meinem Kopf ist es viel geiler, so dieses Ding zu erreichen, ohne dass ich vorher irgendeine Droge genommen habe oder so. Sondern dass man das einfach so erreicht. Und dann, also wisst ihr, wenn man es mit so einer Droge forst, dann passiert es ja viel häufiger. You know? I don't know. Erste... Mein erstes Mal Ayahuasca auf jeden Fall. Das krass ist... Ein extremes Glückshoch. Und ich frage mich, ob das Glückshoch dann so crazy über dem natürlichen Level ist, was man überhaupt erreichen kann ohne Drogen. Dass alles andere, was ohne Drogen ist, dann slightly... Hast du einen entüblenden Junk geworden in deinem Team? ... nicht mehr so crazy geil ist. Und man dann zum Beispiel denkt, boah, jetzt irgendwie MDMA nehmen auf Party wäre übelst geil. Und man das dann wieder und wieder. Und checkt ihr so? You know? Ich weiß nicht, man. Das ist so das, wovor ich am größten Angst hätte, glaube ich. Da hatte ich auf jeden Fall am meisten visuelle Effekte und auch so... Du hast einen üblen Junkie morgen in deinem Team. Äh, übermorgen, ja. Bro, ja, Tomatrix spielt in unserem Team, Freunde. Ich hoffe, Lil Bro poppt sich nicht irgendeine Senni vorher oder so. Ich fühle mich an mir vorgegangen. Ayahuasca ist schon eine interessante Erfahrung, aber es ist jetzt irgendwie nicht so richtig mein Ding, habe ich das Gefühl. Mich stört einerseits, dass es irgendwie um 23 Uhr anfängt und das ist einfach so meine Schlafenszeit. Dann ist es super eklig, das zu trinken. Und naja, das Erbrechen ist nicht so geil. Es ist auch irgendwie nicht so geil, dass alle anderen Menschen um ihn herum auch die ganze Zeit erbrechen. Das heißt, man hört die ganze Zeit zu Kotzgeräuschen. Das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. So für mich gewesen. Ayahuasca hat sich in den letzten Jahren immer weiter verbreitet. Daraus ist ein regelrechter Ayahuasca-Tourismus entstanden, bei dem Menschen aus der ganzen Welt nach Südamerika reisen, um da spirituelle Erfahrungen zu machen. Aber es gibt auch Probleme mit diesem Trend. So gibt es die Kritik, dass oftmals indigene Gemeinschaften für ihre Kultur und ihr Wissen ausgebeutet werden. Schamanentourismus erzeugt Touristenschamanen. Wir kommen ja dahin mit unseren Erwartungen, wie ein legitimer indigener Heiler aussehen muss. Was muss der sagen, damit ich das Gefühl habe, der ist jetzt ganz authentisch. Und diesen Erwartungen passen sich die Leute dort natürlich auch an. Es entsteht eine schamanentouristische Bühne. Die ist historisierend im naturnahen Raum. Und das haben viele ja nicht so auf dem Schirm, dass das eine touristische Bühne ist, die man da bekommt. Der, der sich die Federkrone auf den Kopf setzt und sich das Shipibo-Gewand anzieht, der hat mehr Klienten als jemand, der vielleicht im Bayern München-T-Shirt rumläuft. Ja, moin, Digga. Kommst du da hin, schild's hier, irgendwo nie machen, Digga, der hat so da irgendwie so ein BVB-T-Shirt an. Die checken sehr schnell, was funktioniert und was nicht funktioniert. Irgendwie wäre das krass. Und dann reduziert sich dann dieser Schamanismus auf Ayahuasca, weil das ist die Hauptattraktion, die uns interessiert. Und im lokalen Heilertum, im Vegetalismus gibt es eben sehr viele andere Aspekte, die auch eine Rolle spielen. Und Ayahuasca ist nur ein Teil davon und wir verloren. Es gibt ja jetzt immer mehr Anbieter von Ayahuasca-Retweets. Warum bietest du solche Ayahuasca-Erfahrungen an? Weil ich einfach selber so extrem tolle, gute Erfahrungen gemacht habe, mich selber so extrem weiterentwickeln konnte in der Zeit. Und ich einfach mit einer indigenen Gruppe zusammenarbeite, wo ich weiß, wo die Medizin herkommt, wer sie kocht und natürlich die Medizin auch immer wieder selber nehmen. Es wird ja teilweise kritisiert, dass vor allem nicht-indigene Geld mit Ayahuasca-Retweets verdienen. Kannst du diese Kritik nachvollziehen? Also das Wichtige ist, glaube ich, das Geld verdienen, dass das zurück auch in den Stamm kommt, in den er zu den Indigen zurückfließt. Dass wir nicht das Geld komplett abschöpfen und uns irgendwelche Luxusdinge davon kaufen, sondern dass dieses Geld in der Medizin bleibt. Und dass wir das immer wieder investieren und auch an die Indigenen zurückgeben und denen auch helfen, dass die ein besseres Leben haben. Aber auch Sergio habe ich nach seiner Meinung zum Ayahuasca-Tourismus gefragt. Ja, das Video haben wir auch gesehen. Sehr gutes Video auch. Ich mach dir das. Was ich nicht gut finde, ist der Drogentourismus. Ich finde es nicht richtig, wenn Menschen Ayahuasca einfach als Droge nehmen, um Halluzinationen zu erzeugen oder einen Rauschzustand zu erleben. Ich denke jedoch, dass es gut ist, wenn Menschen die Medizin mit Respekt nehmen und verstehen, dass uns Ayahuasca helfen kann, uns zu heilen und zu reinigen und uns Erkenntnisse und Visionen zu geben. Es ist gut, dass Menschen kommen, um die Medizin zu trinken und dass sie sich verbreitet, solange sie eben nicht als Droge benutzt wird. Ich weiß nicht, Mann. Ich hatte halt noch nie irgendwie so eine psychedelische Erfahrung und ich habe auch ehrlich gesagt nicht vor, eine zu haben, Alter. Ich, I don't know. Ich finde das so spooky, Mann. Und dann war die Zeremonie quasi auch schon vorbei. Es gab noch eine Reinigung, wo ich irgendwie auch wieder angeraucht und angespuckt wurde. Also gereinigt wurde. War auf jeden Fall wirklich eine verrückte Erfahrung. Könnte auch das Video sein, 24 Stunden mit einer Domina, Junge. Meine Ayahuasca-Erfahrungen waren auf jeden Fall ziemlich spannend, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich mein Leben dadurch tatsächlich verändert hat. Ayahuasca ist definitiv anders als alle anderen Drogen, die ich bisher in meinem Leben probiert habe. Und Droge ist hier vielleicht auch wirklich das falsche Wort, denn es geht dabei nicht um irgendeinen lustigen Trip, sondern Ayahuasca gehört einfach zur Tradition und Kultur vieler Menschen in Südamerika und wird da als Medizin genutzt. Und da hat es auf jeden Fall auch das Potenzial, für Einsichten zu sorgen und so Menschen zu helfen. Okay, aber no joke, wenn das weiter erforscht wird und das wäre wirklich eine Medizin oder was könnte den Leuten helfen, psychische Krankheiten irgendwie zu behandeln, wäre es sick. Aber ich weiß nicht, ob wir an dem Punkt schon sind. Keine wundersame Dschungelmedizin. Weil es wirkte jetzt gerade nicht so, als würde der Professor zu 100% wissen, der hier interviewt wurde. Und was ist also so zu 120% wie die Droge funktioniert. Ich weiß nicht, es wirkte für mich jetzt nicht so. Aber ich glaube, wenn man da vielleicht noch ein bisschen dran rumforscht, ich meine, das wäre schon cool. ... erwarten, die jedes Problem löst. Für mich war vor allem der zeremonielle Charakter und die ganze Reise drumherum super beeindruckend. Ich meine, ich habe mich jetzt mehrere Wochen super intensiv mit Ayahuasca beschäftigt. So intensiv habe ich das wahrscheinlich noch mit keiner Substanz gemacht. Würde ich Ayahuasca nochmal trinken? Vielleicht in ein paar Jahren, wenn ich das Gefühl habe, dass mich das Ayahuasca ruft oder mir das Ayahuasca helfen kann, bestimmte Themen in meinem Leben zu bearbeiten. Jetzt gerade ganz aktuell habe ich nicht unbedingt das Bedürfnis, aber ich habe die Erfahrung ja auch gerade erst hinter mich gebracht. Was denkt ihr über Ayahuasca? Und hättet ihr Lust, das Ganze selber mal auszuprobieren? Schreibt es gerne in die Kommentare. Vielen Dank nochmal an Finanzguru für die Unterstützung. I don't know. Ich glaube, ich glaube, zu behohens, die zwei Drogen, die ich am ehesten nehmen würde, aber ich werde es glaube ich nicht machen, so LSD und das. Aber ich würde es trotzdem machen. där kan Schönen Sie sehen. Auch wenn ich eins kenne trink mal auszuprobieren muss. Ich habe das Schwestern mit ihr behaus개무.